Ja, komm. Sei nicht so stur. Oh, weint sie. Oh, ich hasse es, wenn die Leute hier weinen. Hier, try this on. Ja. Great. Big day tomorrow, so we should get some rest. Da kam mir schon wieder ein bisschen die Träne, ey. Kurz. Alles gut. Ich habe ja noch keinen Nervenzusammenbruch. Noch nicht. Könnte sich aber hier jederzeit ändern. Wir kennen es ja mittlerweile schon. Ahem. Entschuldigung. Ich bin still. Ich bin sicher, dass er wieder rauskommt. Er besser. Er hat gesagt. Wenn er uns nicht findet, dann finden wir ihn. Ja, ich hoffe es auch. Oh, so tell me about Daniel. Was ist er? Well, he's definitely special. Hope so. Er ist your brother, right? Heads up. Is that him? Yep. Yep. Wait here. Sean. Sean. What happened? Jake. I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I just, I packed a few things, I took a blanket from your tent and we left together. I also kept the cash you made on the farm. It's in my car. Er hat es nicht geklaut. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape with a gunshot wound and all by himself. I, I, I couldn't just leave him there. What about the others? Hannah, Penny, what happened to them? They, they ran over to Meryl's place when they found out Finn and Cass were gone. That was the last time I saw them. Then on our way out here, Daniel told me more about what happened that night. How scared he was. The last, Daniel feels he's gotta redeem himself for what he did. I need to get to him, Jacob. He's not guilty of anything. I should have protected him better. I'm telling you, to be careful with the Reverend Mother. She's waited her whole life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. Hmm, she's good at this. Hat man ja schon gesehen. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Yeah, not afraid of that Lisbeth of yours. I'm getting Daniel out of here. Come on. There's no way they're gonna let you take him away. Too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I... I have an idea. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch, in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. One more thing. I, uh, we have to get my sister too. Sarah Lee. Really, Jacob? Come on, man. She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. They believe in everything, Lisbeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. I know, you understand. Right? Damn, Jake. Weil das ja auch so gut funktioniert, bestimmt. Haben wir ja auch gesehen, ne? We need his help too, Sean. Okay, Jake. I'm listening. Lisbeth knows, what's wrong with Sarah Lee. We just, we need to find her medical record. I think it's in her own office. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay? Fine. Sure. I'm gonna trust you on this, Jacob. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? He will. I know him. Okay, jetzt muss ich's nur irgendwie hinkriegen, dass ich hier nicht wieder irgendeine Scheiße baue. Dass ich das auch hier gut hinkrieg. Ich bin grad ein bisschen nervös. Was? Was ist das für ein schwarzer... Sind das Vögel da oben? Links? Habt ihr das grad gesehen? Es sah aus wie Vögel, aber irgendwie auch nicht. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Oh Gott. Okay, wie wollen wir da aber rein, weil wir dürfen nicht rein? Okay. Okay. Können wir durch die Hintertür? Wir kommen noch nicht. Nein, kam nicht. Ich entfernte mich. Und hier bist du... Bei einer Nacht dorthin des KÖST? Oh. Komm schon. Hi,是的, Hackerman. Ja, was hier bist du? Oh... ...hier? Wir sind einfach... You know you're not supposed to wander around the church once the service is over, right? Right, I'm sorry, but we were just... Oh, I'm sorry. This is my first time at your church, so... He was just showing me around. It's always a pleasure to welcome new members. How come I didn't see you at the service, though? I know, I know. No, we were late, so we just watched from upstairs. Come on, you don't have to lie. Everybody knows you hate attending services. Uh, well... Listen, don't hang around here for too long, okay? I'll talk with your father later. Sure. See you. What's up with her? She doesn't seem to like you very much. That's because I left the church. She's not the only one that's pissed at me. Sorry to hear that. Eyo, der wohnt mit ihr? Eyo, der wohnt mit ihr? I just... I hope they're not onto us. Let's haul ass. Where are the files? Right there, in her office. Of course it's locked. Her open door speech is just another lie. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's... Too cautious not to have a spare set around. Okay. Ein Schlüssel. Whoa. Are you... Coaxing Lesson 1? Get Daniel his favorite cereal. Are you okay, Jake? Yeah. Yeah, no. It's just... So... Full of memories and stuff. Nothing here. Macht das wieder zu? Das will keiner... ...sehen. An so einem offensichtlichen Platz würde sie wohl, glaube ich, kaum Schlüssel verstecken. Nothing interesting. Daniel ist müde, nachdem er seine Gabe eingesetzt hat. Nichts gibt ihm danach Energie. Neuer Speiseplan. Er handelt eigenständig. Die Schrift treibt ihn nicht an. Mehr Gebete, mehr Lernen. Daniel schmolte heute nach dem Unterricht. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Noch nicht. Muss Gnade zeigen. Auf den Herrn vertrauen. Ich habe geweint, als ich die Wunder sah. Das Kind muss ein Gefäß sein. Was wird er uns bringen? Und wann? Die Alte, die hat's ja doch nicht mehr alle, oder? Ja, natürlich. Jacob, danke, dass du mir von Daniel erzählt hast. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Haven Point. Bitte sag Daniel, ohne dass du ihm unter dir Schwierigkeiten einhandelst, das seine Familie nicht vergessen hat. Ich weiß nicht, wo Sean ist, aber ich hoffe, auch ihn zu finden. Ich hoffe, das Beste für dich. Und falls du irgendetwas brauchst, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich bin hier. Pass auf dich auf, Karen. Was für eine blöde Kuh, dass sie so Briefe vor ihm versteckt. Ist sie wirklich so blöd und versteckt? Einen Schlüssel in so einer Schublade versteckt? Eww. Was für eine gute Familie. Eww. Eww. Ich hab deine Leder für Jacob. Too bad Lisbeth found it first. Sie hat es von der Mail? Damn, that woman. Ja. Sie checkt alles, was in die Gemeinde kommt. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ist nicht der richtige. Oh, das kann aber auch ganz, ganz böse enden. Und sehen wie sie wirklich ihre Flocken behandelt. Mann, was ist das alles? Were du, wie... sick? Conversion Therapy? Did sie... ...wannen Sie dich von... ...being... ...Pretanto. Ich habe immer mehr Interesse in den Frauen als Frauen. Oh! Was? Oh, nein. Oh, der Arme. Nein! Nein, musst du nicht! Boah, das ist richtig. Boah! Ich war in ein wirklich schlechtes Ort. Ich... ...triede zu hurt mich. Elizabeth war sehr upset. Wir hatten eine lange chatte. Sie sagte mir, ich sollte leave. ... ... und sehen die Welt und figure things out. Ich... ... Sie wissen nicht, dass das passieren würde, Jake. Ihre Macht hat mich ausgetauscht. Keine Angst. Wir werden ihn rauskennen. Ich hoffe, so. Und ich werde meine Frau in ein Krankenhaus. Ich hoffe, sie helfen. Keep Armani For your sister She needs it Oh, I can't do that, Sean That's a lot of We're okay, it will cover her medical bills Wow Thank you, Sean Sean, are you there? What's up? You got company That thug who works for Elizabeth A woman just spoke with him Now he's coming your way This guy is dangerous, Sean Trust me Hey, I have a good plan to get him out of your way He'll give you more time Just give me the word No It might be too dangerous We'll figure it out Okay Oh, I have a good plan to get him out of your way Oh, I have a good plan to get him out of your way Sean, we need to hide Now Hurry up Come on, Sean, we need to hide Versteck dich Ah Ah Schat Ich hab Halt deine Ich hätte drinbleiben sollen Kacke Ich hab gedacht, er Kann sich nirgends verstecken Entschuldigung I'm sorry to me Reverend Sean What's going on? Reverend He was going through your stuff in your office Jacob let him in But I took care of that Judas Oh, Sean Little lost lamb How could you desecrate holy lamb? Sean You okay? Huh? Yeah Don't worry Come with me, Daniel We're leaving I'm sorry, Sean I can't She's full of shit, dude And she's using you Daniel has made his choice, Sean But I'm offering you to join us again Put your faith in me And you'll be family Never So that's your final decision May the Lord have mercy on your lost soul It's time for you to leave our sanctuary Right now Not without my brother Didn't you hear the reverend? Nicholas Sean is just confused We forgive the sinners I'm not going anywhere This is my home She's my family now Daniel Listen She's not your family Sean Who is she? Our mother She came here For you Oh Praise the Lord Another miracle at our church Wonderful It's alright, Daniel Go see her I mean, she's right there Don't be afraid I I I don't know her Of course I know This is hard for you, my son Stop calling him that You're just manipulating him, you sicko That's in the eye of the beholder But since you are his mother But since you are his mother, let me ask you How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel I came here as soon as I found out you were here on your own I'm not on my own Children are a gift from the Lord They are a reward from him You were blessed with a divine gift And you cast him out into the world Who the hell are you? You might have been his mother once But when you abandoned him, you also gave up your rights Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires Daniel, honey, she's trying to trick you Please, think by yourself You're smarter than this Daniel, she's responsible for what happened to your father You don't know anything It was an accident That's what this world is about Accidents, injustice, pain I'm just so sorry, Daniel I know I know, I know how much I hurt you and your brother by leaving I know it's not enough But I hope we can talk about this together That's what I've been trying to tell your brother And I'm so glad he listened You gotta trust us She's using you for her selfish desires Daniel This time the choice is yours Are you going to believe her? Or me? I... I... That's right You can't tempt Daniel from this garden He'll stay with us His true family And we'll never leave him Go to hell Come on, Daniel No! Holy shit Okay, what now? Don't you understand? This is over, Sean You have to talk to him You can convince him, Sean I won't leave you, Daniel Not here Don't be so stubborn, Sean Your brother chose his path Your friend Sarah Lee She's very sick And Lizbeth won't take her to a doctor What? She wouldn't do that This is pointless Daniel knows who to trust Don't listen to her religious bullshit You need to have faith in yourself Not in her But... You said... Heaven and God existed Why are you lying? You're right He's wicked Unfaithful This... This is a toxic community She's cutting everyone from the world Keeping things secret And she wants to keep you to herself It's better like that At least I'm not hurting anyone anymore out here You found your home here, Daniel Don't let him trick you I found a letter from Karen Her mother Inside her house She hid it from you So you never know She's looking for you What? You told me she didn't want to see me Oh, fuck See what you have done Hey, Inano Back off No one is gonna keep me away from you I said... Stop! Don't I came all this way for you And nobody will stop me I'll even cross hell or whatever if I need Sean! He must learn Listen I did my best job To be a good brother And I know I probably failed I took you for granted I put you in danger And I'm sorry Sean! Don't listen to him He left you just like that harlot did Shut him up! He can hit me as much as he wants I won't give up on you Don't hit you! Don't let them do that, Daniel! Es tut mir leid, dass ich grad nicht viel sag, aber Was? We'd be in our living room In Seattle That would get us pizza And snacks Then pick the movie Because we would always fight about it And he always picked your movie But I can't do that All I can do now Is fight for... What are you waiting for? We're the best team in Anno Stop it! So we have to keep going for him No! What are you going to kill him? Please! He's my brother! You can burn down our church But not our faith Daniel knows you're telling the truth Don't give up Come schon, Sean Darf's jetzt nicht aufgeben I won't stop No matter what she does I'll come right back Again And again I love you, Daniel I do, too She'd shut him up Now! Don't move Just stop If you want to kill me Then do it I'm not afraid Do it! Shoot! Don't! Go ahead What? Shoot me in the face And live with me Now! Stop! Daniel! Sean! I'm sorry Jetzt hat man's wahre Gesicht gesehen You need to get out of here Now! Oh no! No! You started this fire You will all burn In this hell Move Let us go Move it You won't leave this place Not with me alive Ich werd sie nicht umbringen Und ich lass Nein Ja, aber Was heißt denn loswerden? Und was heißt Daniel bitten sie aus dem Weg zu räumen Aus dem Weg räumen Ist jetzt nicht gleich umbringen, oder? Fuck Ich will sie nicht umbringen Sie ist zwar voll kacke Aber ich will trotzdem Keinen Menschen umbringen Ich mach jetzt Ich hoffe nicht, dass es heißt Ja, verbrenn doch selbst hier drin, du blöde Kuh Ist echt so Ich bin ein strenger Mensch Ich bin ein strenger Mensch Ich bin ein strenger Jeff Ich bin ein strenger아 Ich bin ein strenger Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ob wir sie hätten wirklich umbringen können. Irgendwie glaube ich da nicht dran. Und ich hätte es auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Wir sehen es ja jetzt gleich auch nochmal an den Entscheidungen, was da steht am Ende immer. Eine Sache möchte ich auch noch sagen zu Jake. Jacob? Jake? Beides, glaube ich. Was wir da jetzt in seiner Krankenakte gefunden haben. Ich finde sowas widerlich, so etwas, also seine Sexualität als Krankheit darzustellen. Sowas finde ich einfach nur, nee, sowas geht gar nicht. Und also da habe ich halt wirklich gedacht, ey, sag mal, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Also ganz ernsthaft. Die wollten mit Hilfe von einer Therapie ihn dazu bringen, seine Sexualität zu ändern. Hallo? In welchem Jahrhundert leben wir denn? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also sowas verstehe ich absolut nicht. Also religiös, ob religiös oder nicht. Also nee. Nee. Lasst doch einfach die Leute jemanden mögen. Egal ob männlich oder weiblich. Also mein Gott, ey. Aber nee. Krass. Also das war mit einer von den krassesten Sachen, die wir jetzt in der Episode miterlebt haben. Also das hat mich doch schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen, dass sie halt mit sowas so umgehen. Also krass. Armer Sean muss jetzt wieder ein bisschen was einstecken. Aber ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass Daniel das halt jetzt am Ende, ja, dass ihm das ein bisschen klar geworden ist, dass er halt wirklich manipuliert worden ist. Ja, und das war halt wirklich ein Kult. Und die haben halt Daniel eigentlich nur dazu benutzt, um Spenden zu sammeln, um mehr Geld reinzubekommen. Und klar, Daniel ist ein Kind, er weiß es nicht besser. Aber, also, es ist halt schon auch traurig, dass man sowas mit einem Kind machen muss, was eigentlich gar nicht versteht, was da jetzt abgeht. Und, äh, oh, also, nee. Krass. Also ich muss sagen, Life is Strange 2, ne? Ähm, ich glaube, bis jetzt, jede Episode am Ende bin ich einfach nur ein nervliches Wrack. Weil ich mir denke, hä, was, wie, wo, was passiert hier? Und warum tut ihr mir das an? Warum tut ihr meinem Herzen das an? Es war, wow. Okay. Krass. Ja, die nächste Episode kommt jetzt, glaube ich, erst, äh, nächstes Jahr. Kann das sein? Ich glaube, die kommt erst, äh, am Anfang nächsten Jahres, glaube ich. soweit ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt, also, wie ich das überstehen soll, solange jetzt auf eine neue Episode warten. Ähm, aber krass, dass wir jetzt auch auf dem neuesten Stand sind. Dafür, dass ich doch, ähm, relativ spät mit Life is Strange angefangen habe. Ähm, ja, es macht ein bisschen süchtig. Kann das? Also, ja. Ach, Gott. Nee. Jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen, hoffentlich kriegen wir jetzt eine kleine Vorschau für Episode 5. Und dann bin ich sehr gespannt, ähm, äh, wer sich wie entschieden hat bei den Entscheidungen. Wow. Ich mach jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Einfach nur, weil die Credits immer so, so ewig lang gehen hier bei Square Enix. Oh, Gott. Nee. Also, wow. Das ist nicht gut. Also, ich hab jetzt gerade mal ein bisschen länger auf den Bildschirm geguckt, wenn die Credits so schnell runterlaufen und, wow, uh, meine Augen. Okay. Wir sind gleich am Ende. Was für ein wilder Ritt. Wow. Okay. Äh, wir haben Errungenschaft freigeschaltet, Römerbrief. Ähm, okay, wir haben einen der Tests bestanden. Das ist gut. Ähm, du hast Agent Flores gesagt, der Einbruch war eine gemeinsame Wahl. Die meisten haben, äh, sich dazu entschieden zu sagen, es war Finzidee. Was auch so war, aber, naja. Du bist aus dem Krankenhaus geflüchtet, ohne jemanden zu verletzen. Du hast Joey überzeugt, dir bei der Flucht zu helfen. Oh, man muss auch, man kann auch Joey angreifen, um aus dem Krankenhaus zu entflüchten. Also, man kann ihn wirklich dazu überreden, uns zu helfen. Oh, das Bild hier. Oh, Mann. Okay, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das hier geschafft habe. Du hast mit Fin geredet und ihm vergeben. Das ist schön. Du hast nicht nach dem Spielzeug gegriffen und es nicht kaputt gemacht. Du hast dein letztes Spielzeug kaputt gemacht, als du es Chat abgenommen hast. Okay, da bin ich auch ein bisschen froh. Du wurdest nicht aufgefordert zu singen. Okay. Du bist in Antons Truck nach Haven Point gekommen. Du bist nicht in den Truck gestiegen und nach Haven Point gelaufen. 13 Prozent. Okay. Du hast der Kirche Geld gegeben. Hätte ich mal besser nicht gemacht, jetzt im Endeffekt, denke ich mir so, nee, eigentlich nicht. Die hat nicht mal den Dollar, wo ich ihn gespendet habe. Du hast Karen erlaubt, sich dir zu öffnen. Du bist mit Karen draußen geblieben, als sie geraucht hat. Okay. Viele haben mit ihr zusammen geraucht. Du hast Karens Hilfe bei der Reinigung deiner Wunde akzeptiert. Karen hat dir keine Hilfe angeboten. Okay, ich denke mal, das ist, wenn man mit ihr, ja, wenn man sich ihr ein bisschen verschließt und halt ihr nicht die Chance gibt, mit dir zu reden. Nikolas hat Verdacht geschöpft, als du dich in Haven Point eingeschlichen hast. Scheiße. Kacke. Aber wie hätte man das denn, äh, wie hätte man das denn umgehen können? Hätte ich bei der Frau vielleicht nichts sagen sollen? Du hast dein Geld mit Jacob geteilt? Ja, das hätte ich, ich habe halt gedacht, da, ähm, dass Jake kein Versteck findet, weil er so lange gebraucht hat, um sich hinter der Tür zu verstecken und, ja, dann habe ich halt leider keine Gelegenheit mehr gehabt, zurück in den Schrank zu gehen. Du hast Lisbeth erschossen, ohne dass Daniel sie verletzte. Wow. Du hast Daniel seine Kraft auf Lisbeth anwenden lassen, als er sie verletzte. Du hast Lisbeth erschossen, als Daniel sie verletzte. Du und Daniel habt Lisbeth verschont. Okay. Also die Mehrheit hat sie dann doch verschont. Ähm, sie hätte es eigentlich nicht verdient, ehrlich gesagt, aber, nun gut, ja. Weiter geht's. Und das ist es. Wir haben es, Daniel. Was machen wir jetzt? Wir machen unseren Weg hinaus. Du bist bereit? Ja. Ich denke. Okay. Das sah so aus, als wären sie endlich in Puerte Lobos angekommen. Welches Schicksal erwartet Sean und Daniel in Arizona? Hol dir die Finale Episode, um es herauszufinden, sobald sie erscheint. Ja, ist ja noch nicht erschienen. Ähm, ja, Finale Episode, da kommen mir doch glatt ein bisschen die Tränen, weil ich will nicht, dass es aufhört. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass die Entwickler, ähm, sobald halt Life is Strange 2 auch beendet ist, so wie Life is Strange, ähm, dass die einfach nicht aufhören, Spiele zu machen, weil ich bin einfach wirklich ein großer, großer Fan von den Life is Strange, ähm, Universum. Und, ähm, ich war bis jetzt, also ich hab bis jetzt jedes einzelne Spiel von denen wirklich geliebt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, Life is Strange 2 ist bis jetzt, ähm, mein Lieblingsspiel von den drei, was die Entwickler halt bis jetzt rausgebracht haben. Ähm, ich weiß, da spalten sich auch ein bisschen die Meinungen und wie gesagt, jedem das Seine, ne? Ähm, für mich persönlich ist Life is Strange 2 einfach mega, die, ja, die Achterbahnfahrt von Gefühlen. Es ist einfach richtig krass und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf Episode 5. Wie gesagt, es dauert leider noch ein bisschen, ähm, bis Folge 5 rauskommt. Und, ähm, ja, auf jeden Fall werde ich jetzt, ähm, nach Life is Strange 2, also jetzt während der Pause, ähm, ich werde auf jeden Fall noch Captain Spirit spielen. Das ist auch schon installiert auf meinem PC und, ja, ich wollte aber einfach, jetzt warten, bis wir Life is Strange 2 doch erstmal fertig gespielt haben. Ähm, ja, aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben und, ähm, ja, wir müssen jetzt irgendwie die Zeit gemeinsam überstehen, bis die letzte Episode rauskommt. das wird sehr, das wird sehr hart werden und, ähm, ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen bis, äh, hierhin auch und, ähm, ja, wir sehen uns dann bei was auch immer wieder. Auf jeden Fall sehen wir uns vor Life is Strange 2 Episode 5 noch, ne, wenn auch in anderen Spielen und, ja, bis dahin, passt auf euch auf und bye bye. Bye.